Was geht ab, ihr Zocker? Chivalry 2 ist ja gerade in der Open-Beta. Für die Leute, die sich damit nicht so rauskennen, das ist praktisch gesehen ein Battlefield im Mittelalter. Macht auf jeden Fall super viel Spaß und gönnt euch das auf jeden Fall. Ist auch zum Vollpreisspiel, glaube ich, 30 bis 40 Euro. Geht auf jeden Fall fit. Und ich würde dann jetzt auf jeden Fall sagen, beginnen wir auch schon mit der legendären Schlacht im Schwarzwald. Ich bin dort! Oh, fuck. Jetzt alle im Wald. Alter, fuck, Alter, die kommt zu dritt. Den dürfen sie nicht durchbringen, oder was? Achso. Ja, das sieht ja gut aus. Die erste Marikade ist ja gleich durch. Hier gescheitert. Oh, ich komme hier gegen drei. Ich komme, dann sie. Mikey, ich stoppe dir. Jawohl, haben wir ihn. Links, Mikey. Über Kopfhieb. Der hat keine Ahnung mehr. Au. Ach, das ist doch scheiße. Ach, meine Fresse. Ich mag keine Team-Team-Death-Matches oder sowas. Wenn dich deine eigene Teammates hauen um, dein Angriff wird unterbrochen deswegen. Das ist so behindert. Oh, fuck, Alter. Ich habe jetzt drei erledigt. Weißt du, er haut gegen mich her. Hast du die Farbe verwechseln, oder warst du der Behinderte? Das möchtest du nicht so ab? Mich hat die ganze Zeit einer von hinten. Ich stelle mich um. Was ist das? Gut gemacht. Ich habe die getötet. Ah, habe ich angetötet? Über Kopfhieb, hab ihn. Ho, ho. Au, du bist jetzt ja kopflos. Ich spiele die Trompete, Jungs. Ja. Hab ihn. Ich habe hier gegen vier. Wo bist du? Ich komme, dann sie. Halt dich durch. Oh, ich bin tot. Aua. Boah. Ey. Ich raste gleich aus. Ich komme, ich wechsle gleich zu diesem Match alleine zum. Was? Oh, hat das weh getan? Kommt, Jungs. Das Torhau ist jetzt noch nicht verloren. Ihr Spackos, Alter. Speerangriff. Mit ohne Treten. Die Zoll sind zwar runtergefallen. Okay, das geht auch. Au. Au. Was für ein Wunder. Und dann werde ich auch die Assi einfach draufhauen. Au. Ah, jetzt läuft es schon besser, Junge. Komm her. Konter. Au. Au. Ist der Arm ab. Au. Ich muss jetzt mal dingeln. Jungs, ich spiele die heilende Musik. Die Pokémon-Melodie. Achtung von links. Ich bin der Danny. Ich parier alle meine Angriffe. Ah. Junge, egal. Ich habe jetzt gerade vier Kills gemacht. Au. Ich bin einfach gegen eine große Gruppe reingerascht. Den links von dir. Den links von dir. Ja, ich sehe es. Ich bin überall. Ich bin überall gegen das Leben. Leben stirbt nicht. Nein. Das sah schlecht aus. Das sah schlecht aus. Alle schreien immer. Hört sich nur. Wird das? Warte, haltet noch ein bisschen durch. Ich habe gleich die tragische Trompete. Nein. Ich habe gerade gefustet. Halt sie durch. Einfach von der Seite. Bad, bad, bad. Yo, Alter. Es wurde von der Ballistin. Die hat mich über die ganze Karte gestoppt. Wir hatten die Verteidigung hier, Jungs. Wir müssen noch zwei, wir haben die Jungs durchhalten. 240, Jungs. Das ist aber gut, dass wir sie so runtergedrückt haben mit der Zeit. Dann haben sie nicht so einen Bogen. Ja. Oh, Crap. Ich bin out of the map. Ich glaube, Ritter könnten zu der Zeit nicht schwimmen. Was ist das denn hier? Oha. Ich steche euch ab mit diesem übergroßen Penis. Au. Noch eine Minute, Jungs. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ziel gescheitert. Egal. Wir müssen jetzt das Holzhaufen da verteidigen. Alter, das nennt man Barrikaden. Ich nenne das irgendwie eine Barrikade auf Wish. Da rennt sie schon. Mit den Fackeln. Hat der auch einen Feuerlöscher? Rechts, rechts, rechts. Ja, ich seh den. Töte ihn nicht. Ah, an geht es. Da kommt noch keiner. Ah. Hohle dich, er hat Axt von mir im Rücken. Und er ist schwimmen gegangen. Au. Au. Ah, ab ihn. Gibt es einen auf den Sack? Das ist die Schlacht vom Schwarzwald. Die legendäre Schlacht. Ja. Oh. Habe ich meinen Teammate abgeschmissen. Wollt ihr den wegknüppeln oder was? Jetzt habe ich ihr ein Schwert. Komm her. Leer hinterher, die haben es abgefackelt. Der kam einfach hinten durch. Verdammte Scheiße. Verteidigt das Tor. Welches Tor? Hier. Ah. Ah, stirbt ihr Wichser. Ihr kommt nicht hin. Stirbt, Alter. Ich bin fast auf das Zertieren gewesen, aber egal. Jetzt. Ah, habe ich dich. Und? Noch eine auf die Nuss? Oh, heilst du dich jetzt? Feigling. Oh, bist du gestorben? Dein Schild soll dir als dein Grabstein dienen. Oh, shit. Was warst du da hinten, ne? Let me go again. Oh, das ist noch ein zweiter. Das sind drei. Och, da brennt was. Trompete. Au. Alter, der hat was nach mir geschmissen, der Sack. Ah. Und gebrockert. Und Katapult. Jemand schießt mit einem Katapult. Also, das Tor wird am Arsch. Oh, nein. Oh, und ich habe wieder drei Gegner hier. Wie wollen wir diese Burg nennen? Nennen wir sie, äh, wie heißt die Burg? Falkenburg, ne? Ne, jetzt weiß ich, heißt die Burg. Das Tor ist am Arsch. Schatten die Gegner wieder hier, heißt die Burg. Mike, ich will hinter dir. Ich brenne, ich brenne. Ich habe kein Verband. Oh Gott, ich. Oha, was hat das denn hier? Oha. Au. Weltrangel. Au. Ey, Alter, ich habe gerade nichts hinbekommen, ne? Der hat mich so ausgekontert. Äh. Mikey, schieß mich. Wo bist du denn? Hier auf dem Katapult. Oben? Hier unten. Bist du rechts oder links? Links. Ah, ich bin natürlich rechts. Ich renne kurz durch. Ich bin hier, ich bin hier. Tim, bist du drauf? Ja. Ah. Au. Danke. Ich bin hinter den. Ich gehe ans Katapult, Jungs. Ihr macht nichts. Ich habe das Katapult zerstört, Jungs. Einer ist weg. Oh, fuck. Also, ich habe zwei Ideen, aber der Bogenschütze kam von hinten noch. Allein Katapult ist kaputt. Schießt! Wie schießt man denn? Äh, einfach X und den Rest hat R2. R2? Ah, der ist schon schickter dran. Ja, der ist schon einer auf den Katapult, nämlich. Da benutzt ich den schon einer. Ach, yo. Oha. Das ist fast weg, ne? Ja, gut, aber das Tor geht ja noch da. Wir müssen einfach nur das hintere Katapult kaputt schlagen. Noch eine Minute, Jungs. Kommt! Ja, gut, zwei eigentlich. Aber ich wollte euch nur anstacheln. Los, kommt! Oh, die haben noch einen Stein. Die schießen mit Menschen und mit Stein. Ah, die haben das Tor nicht getroffen. Ich schieße nochmal. Ja, wieso? Scheiße. Zum Glück sind die zu dumm dafür. Die schießen einfach mal auf den Burgturm. Ja, jemand hat jetzt den Burgturm gut getroffen, ne? Nicht den Burgturm, das Tor müssen wir treffen. Ja, aber die haben das Tor schon gut getroffen zweimal. Ja, das ist mal während der Scheiß. Verdammte Scheiße! Alter, das ist scheiß Katapult. Jemand konnte jetzt gut schießen. Egal, nur drei Minuten. Oh, was? Was zum? Ich Katapult. Boah, zweieinhalbtausend Damage. Ohohohohohohohohoho. Das ist geil, da sind wir safe tot dabei, oder? Bei zweieinhalbtausend Damage. Ihr müsst nach Tor verteidigen, Leute. Schildträger nach Tor. Wir sind tot! Was soll man da verteidigen? Tatsache? Du solltest natürlich den Herzog töten. Äh, töten, ja. Dann verteidige ich alleine das hier. Ja, genau, wir sollen ihn töten. Genau, Tim. Ja, wir töten den Herzog. Mein Lord. Mein Lord. Ich möchte einfach das Schwert. Mein Lord. Mein Lord. Au! Was machst du das jetzt, du Peller? So, ich sitze mich neben mein Lord. Ich bin seine rechte Hand. Aufstehen. Gut, ich bin der Oberlord hier. Ihr müsst mich beschützen. Das ist ein Scheißdreck. Was ritt ich da? Wofür war das denn? Ein paar Sekunden später. Jetzt du dich da hierhin. Geh arbeiten, du faules Schwein. Herzog vom Schwarzwald, wir helfen dir. Ah, von hinten. Ich bin da, dann sie. Ah, aber ein Feuer. Nein, 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 nein. Wie viel Feuer haben die denn? Aufstehen, du Idiot. Ah, von hinten. Ah! Ich wollte mehr Spiele bei dem Lord. Der ist alleine hier. Fast. Ich komme. Herzog, ich bin fast da. Ah, ich habe einen. Überkopfhieb. Nur schütz den Lord. Der Lord vom Schwarzwald. Oh nein, wir müssen ihn. Wir schützen ihn. Hab einen. Dann nicht mehr viel. Mein Lord. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Die Schlacht vom Schwarzwald wird gewonnen. Ja. Der kriegt unseren Lord nie. Letzte Sekunde. Wow. Ach, der hatte nichts mehr, Alter. Der hatte nichts mehr. Verpisst euch. Ja. Wir haben nicht gewonnen. Das war es jetzt auch schon mit Chivalry 2. Also ich muss wirklich sagen, das Game bockt unnormal. Man braucht irgendwie ein bisschen Skill. Es ist aber trotzdem einsteigerfreundlich. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren Gameplay-Videos hier mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ich sag dann jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.